Weil ich fand nicht, dass es ein ansehnliches Spiel war. Für mich war es das schlechteste Spiel, was ich hier in meinem Fußballerleben gesehen habe. Das eine absolute Schande ist, was Schwerin hier, oder die Stadt Schwerin hier dem Dynamo zur Verfügung stellt, dass man hier Fußball spielt. Das ist eine klare Haltung dazu. Nichtsdestotrotz, beide Mannschaften haben versucht, das Beste loszumachen. Das war in Ordnung, haben Gas gegeben. Ich glaube, für die Zuschauer war es emotional, ganz cool. Fußballerisch war es eine Katastrophe.